Die Ortsbürgermeister von Ebendorf unterwegs in die Kirchstraße. Denn hier feiert Elfriede Dietrich ihren 90. Geburtstag. Die Jubilaren ist bestens aufgelegt und freut sich sichtlich über den Herrenbesuch. Die verwitwete Frau lebt hier zusammen mit ihrem einzigen Sohn, der sie im Haushalt aktiv unterstützt. Leider hatte sie in ihrer Jugendzeit keinen Beruf erlernt und so als Haushaltshilfe oder Kindermädchen gearbeitet. Und sie wohnt schon viele Jahre in dem kleinen Haus in der Kirchstraße und kennt daher Ortsbürgermeister Manfred Behrens schon aus seiner Kinderzeit. Was war es denn für ein Kind? Lieber Junge. Allzu viel Kontakt hatten wir nicht. Ich ging da auch noch arbeiten. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Tante Friedchen. Happy Birthday to you. Und diese Gäste und ihr Ständchen beenden die Möglichkeit, etwas über Jugendsünden des Bundestagsabgeordneten zu erfahren. Lassen wir es dabei. Liebe Frau Dietrich, auf gute Nachbarschaft und viel, viel Gesundheit. Für Sie alles Gute. Dankeschön. Ich wünsche euch auch alles Gute hier. Und auch wir wünschen Elfriede Dietrich alles Gute zum Geburtstag, vor allem Gesundheit.